So viele Autoren speisen ihre Leser faul mit einfallsloser Massenware ab, dass eine fantastische Welt, die sich nicht auf den ersten Blick bei ihren Vorgängern bedient und die etwas Neues ins Genre bringt, wie ein frischer Windhau ist. Mit seiner sympathischen Heldin und seiner wohltuend vielschichtigen Handlung ist die unsichtbare Bibliothek ein Buch, in dem man schwelgen kann. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch den ersten Band der, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Bibliotheksreihe von Genevieve Cogman vor, die Unsichtbare Bibliothek. Erstmal zu den Basics. Das Buch ist schon länger draußen, ich glaube irgendwie 2013 oder so was, 2013 oder 2015, ich weiß nicht genau. Es hat knapp über 400 Seiten und kostet 14,99 Euro in der Broschierten Ausgabe. Ich habe aber gesehen, dass es das auch noch, ich glaube im Taschenbuchformat gibt oder so was. Auf jeden Fall noch was Preiswerteres, keine Ahnung. Ich finde den Preis aber trotzdem in Ordnung, jetzt auch gerade nachdem ich es schon gelesen habe. Empfehlen würde ich das Buch ruhig schon ab 14, auch was früher vielleicht, wenn der Leser denn dafür so ein bisschen offen ist. Und genau, ich habe das Buch jetzt selber bei Medimops bestellt. Da ist es dann auch nochmal etwas preiswerter. Ich habe jetzt Band 3, 4 und 5 auch schon da geholt. Band 6 ist aber erst dieses Jahr rausgekommen, deswegen gibt es das da noch nicht so. So, aber ist ja auch in Ordnung. So, dann zum Cover. Ich finde das Cover tatsächlich gar nicht mal so ansprechend. Es hat halt irgendwie etwas von einem historischen Roman. Deswegen habe ich auch so ein bisschen davor zurückgeschreckt, irgendwie das zu lesen in der letzten Zeit. Aber an sich finde ich es in Ordnung. Wir haben hier einen Stadtplan von London und dann haben wir hier so ein kleines Buch mit einem Gebäude drin. Keine Ahnung, soll vielleicht eine Bibliothek sein. Und dann haben wir hier oben drüber eben den Titel, den finde ich eigentlich ganz hübsch gemacht. Mit so zwei Lupen und dann in der Mitte so ein Feder, eine Schreibfeder mit einem Tintenfässchen. Ist eigentlich ganz süß, aber wie gesagt, für mich nicht unbedingt so ein Fantasy-Cover. Also ich würde es jetzt nicht anhand des Covers kaufen. Warum habe ich es überhaupt gekauft? Das war eine Empfehlung von einem von euch. Und am Anfang war ich tatsächlich gar nicht so davon begeistert. Aber mittlerweile kann ich sagen, dass es mir echt gut gefällt. Worum geht es denn überhaupt? Wir haben hier die Protagonistin Irene. Und Irene ist eine sogenannte Bibliothekarin. Und die bekommt jetzt den Auftrag, in ein London zu gehen. Ich erkläre das gleich nochmal ein bisschen. Um dort ein bestimmtes Manuskript bzw. ein bestimmtes Buch zu holen. Denn das ist quasi die Aufgabe der Bibliothekare. Und sie soll eine ganz bestimmte Ausgabe der Märchen der Gebrüder Grimm besorgen und in die Bibliothek bringen. Und auf ihrer Suche nach dem Buch findet sie heraus, dass noch ganz viele andere auf der Jagd danach sind und auch ganz schön gefährliche Menschen. Und sie entdeckt auch, warum die Bibliothek dieses Buch unbedingt haben will. Sie wird begleitet von ihrem Assistenten Kai, der aber ein Anfängerbibliothekar ist und gleichzeitig ein ziemlich großes Geheimnis vor ihr hat, das sie auch noch aufdecken muss. Das Magiesystem in der Welt sieht folgendermaßen aus. Und zwar haben wir die Bibliothek. Ich stelle mir die sozusagen als eine Art Zentrum vor. Die Bibliothek ist im Grunde genommen einfach nur wie so eine Welt, die halt eine ganz große Bibliothek darstellt. Mit ganz vielen verschiedenen Fachrichtungen und so weiter. Und die Bibliothekare sollen halt aus ganz vielen verschiedenen Parallelwelten. Ich stelle mir das halt so vor, dass die Bibliothek so ein Zentrum ist. Und darum herum sind ja ganz viele Parallelwelten. Und aus diesen Parallelwelten sollen ganz bestimmte, ganz wichtige oder sagen wir einfach mal andere Bücher geholt werden, um in der Bibliothek gesammelt zu werden, damit das Wissen eben nicht verloren geht. Und dadurch, dass dann Bücher aus diesen jeweiligen Parallelwelten geholt werden, rückt diese Parallelwelt dann etwas näher an die Bibliothek. Und dadurch kann ein dauerhafter Zugang zwischen der Bibliothek und dieser Welt entstehen. Und dadurch können die Bibliothekare eben auch entspannter hin und her wechseln. Warum will die Bibliothek diese Bücher haben, ist natürlich die Frage. Und zwar wollen sie sie natürlich bewahren, einfach damit sie nicht kaputt gehen oder sonst irgendwas. Denn die Welten neigen schon mal dazu, im Chaos zu versinken. Da sage ich gleich auch noch mal was zu. Tatsächlich dienen diese Bücher aber auch dazu, einen gewissen Wortschatz zu erweitern, der gewissermaßen die Magie der Bibliothekare darstellt. Und zwar ist es so, dass ein ausgelernter Bibliothekar, der bekommt ein großes, ich sage mal, Tattoo hinten auf den Rücken. Und dadurch ist er für immer an die Bibliothek gebunden und erhält dann auch Zugang zu der Sprache. Das ist wirklich in dem ganzen Buch hier ist die Sprache fett gedruckt. Also man erkennt das auch immer. Und diese Sprache erlaubt den Bibliothekaren halt Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen. Das Ganze funktioniert so, dass man zum Beispiel einem Türschloss sagen kann, Türschloss öffne dich. Und dann geht es auf, aber man muss eben sehr spezifisch sein. Und dafür dient dieser Wortschatz einfach, den die sich da immer aneignen. Zum Beispiel gibt es halt, keine Ahnung, tausend verschiedene Arten von Schwarztönen. Und das muss man dann halt auch wissen. Und es gibt immer wieder halt Neuerungen in dieser Sprache, die entwickelt sich, je mehr Bücher eben gesammelt werden. Die Sprache kann aber auch Einfluss auf andere Dinge nehmen, zum Beispiel auf Menschen. Die kann deren Gehirn quasi manipulieren, das, was sie sehen oder fühlen, aber nur für eine gewisse Zeit. Weil das eigentlich halt nicht der Natur dieses Menschen entspricht, einfach etwas zu sehen, was gar nicht da ist. Wohingegen ist einem der Natur eines Türschlosses durchaus entspricht, dass es sich öffnet oder schließt. So funktioniert das halt einfach. Also etwas, das der Natur der Sache an sich zuwiderläuft, funktioniert zwar, hält aber nicht so besonders lang an. Zum Beispiel eben Manipulation. Genau, dann wollte ich noch zu den verschiedenen Welten was sagen. Und zwar ist es da so, dass die in einem unterschiedlichen Stadium von Fortschritt sind. Es gibt halt welche, da gibt es zum Beispiel Handys, dann gibt es welche, die sind so eine Art Cyberworld. Und dann gibt es wieder welche, die sind total im Mittelalter zurückgeblieben oder bei denen funktioniert Technik zum Beispiel überhaupt nicht. Stattdessen gibt es dann da Magie oder sowas. Das Wichtigste ist aber tatsächlich, dass man unterscheidet zwischen Chaos und Ordnung. Und zwar ist Chaos etwas, das dadurch entsteht, wenn eine Welt nicht so richtig in sich gefestigt ist und dadurch verschiedene Wesen eintritt, erhalten zum Beispiel Werwölfe und Vampire und sowas. Das sind halt Chaosgeschöpfe, aber die ultimativen Chaosgeschöpfe sind Elfen und die sorgen dann auch tatsächlich dafür, dass eine Welt untergehen kann. Und die, die das Gegenbeispiel dazu sind, sind die Drachen. Die Drachen sind Geschöpfe der Ordnung und die können manchmal eine Welt halt wieder zurück in die Ordnung bringen, wenn sie daran Interesse haben. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Soweit also zu dem Magiesystem und wie die Welt da aufgebaut ist. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts weiter dazu vergessen. Nee. Genau, wie hat mir das Ganze gefallen? Um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie ich es fand, lese ich euch ganz kurz hier hinten die Einschätzung aus dem Guardian vor. Also aus England, eine Zeitung, weil ich das wirklich wahnsinnig zutreffend einfach finde, auch zu dem, wie ich das empfinde. So viele Autoren speisen ihre Leser faul mit einfallsloser Massenware ab, dass eine fantastische Welt, die sich nicht auf den ersten Blick bei ihren Vorgängern bedient und die etwas Neues ins Genre bringt, wie ein frischer Windhau ist. Mit seiner sympathischen Heldin und seiner wohltuend vielschichtigen Handlung ist die unsichtbare Bibliothek ein Buch, in dem man schwelgen kann. Und ich muss wirklich sagen, ich stimme da absolut mit überein. Es ist am Anfang ein bisschen komisch, ein bisschen schwierig, weil der Schreibstil einfach irgendwie sehr gestellst wirkt, beziehungsweise altertümlich. Trotzdem, wenn man sich dann reingefunden hat, ist es sehr, sehr cool. Ich hatte auch zwischenzeitlich noch ein paar Probleme mit Satzbau oder sowas, aber ich habe das Gefühl wirklich, dass durch die Lektüre dieses Buches der eigene Wortschatz auch einfach sich vergrößert. Und ich finde auch ganz cool, es gibt hier so eine Art Mischung aus Umgangssprache und halt diesem Gestellsten, weil die Irene zum Beispiel und der Kai, die reden untereinander schon auch mal umgangssprachlich und vor allen Dingen in Irenes Gedankenwelt, also wo wir auch sind. Aber wenn die dann in der Bibliothek sind oder so, dann muss sie quasi so eine Art an Wortschatz zeigen auch, ihren Vorgesetzten und so. Und dadurch wird das Ganze dann nochmal eben ein bisschen gestellster. Und ich fand das wirklich sehr, sehr cool. Man konnte am Wortschatz, also am Sprachgebrauch einfach selber erkennen, wie die Figuren sich im Moment fühlen und auch in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Generell hat mich das Buch sehr an so eine Art Sherlock Holmes erinnert, weil es doch eigentlich eher so eine Art Krimi-Fall ist. Ich habe jetzt Teil 2 schon angefangen und mir auch die anderen Bücher schon mal angeguckt. Und tatsächlich ist es auch so, dass in sich abgeschlossene Bände sind alle und dass dann eher halt so Krimi-Fälle sind, die aber in dieser Fantasy-Welt spielen. Finde ich ein sehr, sehr cooles Konzept. Hat mir auch schon bei zum Beispiel hier Annelie Wendeberg total gefallen, wo sie eben eine quasi weibliche Sherlock Holmes hatte. Fand ich sehr, sehr cool und das ist hier eben auch wieder so ein bisschen der Fall. Generell gefällt mir das Magie-System hier auch sehr gut. Es ist einfach wirklich was absolut anderes. Ich glaube, ich habe das bisher noch nie irgendwo gelesen. Es erinnert in großen Teilen tatsächlich auch an die Verlobten des Winters von Christelle Dabot, die ich hier auch schon vorgestellt habe. Da unter diesem Video kam dann auch tatsächlich die Empfehlung für dieses Buch hier. Und ich muss wirklich damit übereinstimmen, wem die Verlobten des Winters gefallen haben. Dem wird das ja auf jeden Fall auch sehr gefallen. Generell fand ich es ein bisschen schade, dass man etwas wenig über Irene selbst erfährt, also über die Protagonistin. Zum Beispiel hat man überhaupt keine Ahnung davon, wie sie aussieht. Weder ihre Haarfarbe noch ihre Hautfarbe oder ihre Augenfarbe oder ihr Körperbau nichts. Man weiß wirklich gar nichts von ihr, nur von ihrem Assistenten halt, weil aus ihrer Sicht ja geschrieben wird. Aber ich fand das schon irgendwie ein bisschen schade. Ich habe mir da ein etwas klares Bild erhofft, auch so im Laufe des Buches, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Irgendwie kann ich mich dadurch aber auch nicht so richtig gut mit ihr identifizieren. Und darum geht es ja eigentlich bei einem Protagonisten. Kai ist ein sehr, sehr cooler Nebencharakter. Man erfährt ganz viel von ihm durch seine Sprechweise zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr gut gelungen, weil auch Irene ihn überhaupt nicht kennt am Anfang des Buches. Und dann eben auch ganz viel über ihn herausfinden muss und entdecken muss. Und das wiederum fand ich wirklich sehr gut umgesetzt. Wir haben hier außerdem noch einen Charakter eines Privatdetektivs, nämlich, ich weiß gerade seinen Vornamen nicht, aber der heißt mit Nachnamen Vale. Und Mr. Vale ist ziemlich cool drauf. Der ist so eine Art Sherlock Holmes, was ich auch sehr geil finde und was Irene auch sehr an ihm bewundert, die eben auch selber einfach Fan von der Kriminalliteratur ist. Dann haben wir hier auch noch die Elfen, die ich auch sehr cool beschrieben finde. Das ist nicht alles so wahnsinnig klischeehaft oder sowas. Im Grunde genommen treffen wir auch nur auf einen einzigen Elfen, aber dessen Zauber, dessen Magie ist hier wirklich sehr, sehr gut dargestellt, sodass man ihn auch wirklich sehr gut verstehen kann und auch ihn und seinen Volk. Vor allem dahingehend eben, dass es sich um diese Chaoswesen handelt. Alles in allem fand ich dieses Buch wirklich überraschend gut. Der Einstieg war etwas holprig, aber es kann auch sein, dass es einfach daher kam, dass ich gerade erst Queen of Air and Darkness beendet hatte und dann direkt damit angefangen habe. War nicht so ein flüssiger Übergang. Ich werde euch die anderen Bücher auch auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß aber noch nicht wann. Ich bin jetzt, wie gesagt, an Teil 2 dran. Aber es kommen jetzt erstmal noch einige andere Bücher dazwischen. Deswegen, ja, bleibt einfach dran. Bleibt gespannt, wenn ihr auf den Abonnieren-Button klickt und die Glocke betätigt. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Auch nicht, wenn ich die nächsten Teile davon vorstelle. Als nächstes, denke ich, werde ich dann One True Queen Teil 2 vorstellen. Je nachdem, wann die Lieferung eintrifft. Und eventuell auch Teil 2 hiervon. Das wäre dann die maskierte Stadt. Ja, alles in allem gebe ich dem Buch 5 von 5 Sterne auf jeden Fall. Es hat mich total begeistert und es ist definitiv mal richtig was anderes zum Lesen. Etwas, was mich total gefesselt hat und auch vom System, von der Welt, von den Charakteren her alles sehr überzeugt hat. Ja, soweit, so gut dazu. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.